Okay, herzlich willkommen hier von der Bördelan, JITKO am Start und ich habe heute jetzt zwei Gäste hier, die Finalisten des 5 on 5 CSGO Turnier, einmal Opti, einmal Sepp, jeweils von anderen Parteien hier und ja, wie geht es euch so? Fangen wir mit Opti an, wie gut durchs Turnier gekommen, ihr habt ja alles gewonnen, wie ist so deine Erwartung jetzt nach den gewonnenen Spielen hier? Ja, mir geht es auf jeden Fall gut, ein bisschen müde, wir haben jetzt Gruppenphase mit 5 Siegen in Folge gewonnen, Gruppenerster in Gruppe C, haben dann in den Finalturnier zwei Gegner vom Server geputzt halt, ein bisschen mit einem Cleanup und einem Waschlappen, ging aber ganz gut. Gut, jetzt kommen halt die Besten eigentlich, was heißt die Besten, man kennt sie halt, aber ich sag mal sind schaffbar, ich bin gerade am überlegen halt, ob ich mit dem Mauch spiele oder mit dem Joystick, weil ich weiß nicht, wie viele ich davon ernst nehmen sollte, aber vielleicht könntest du ja mal den Tellmann dazu befragen. Ja, was ist deine Meinung dazu? Ja, also... Wie war die Lahn-Experience bisher? Also bis jetzt überall gut durchgekommen, in welcher Gruppe auch immer, keine Ahnung, wo wir drin waren. Ja, jetzt wie erwartet, sag ich mal, die Gegner im Finale hier mit Opti und Co. Also ich gehe da jetzt ohne Probleme irgendwie rein, weil wenn ich jetzt sagen würde, ja ich weiß nicht, ob wir gewinnen, dann wäre das falsch. Also ich gehe davon aus, dass wir gewinnen werden, wir werden alles geben und mal gucken, ob Stefan euch durchcarryen kann. Ja, wir haben es ja schon am Anfang vom Stream gesagt, dass die beiden Teams so die Favoriten hier sind. Ja, wo seht ihr die Schwächen des anderen Teams? Wir können ja einfach mal so ein bisschen drüber reden, weil du denkst, was sind eure Stärken, wo könnt ihr sie überfahren? Ja, also unsere Stärken sind auf jeden Fall, dass das andere Team halt mit Mikey spielt. Mikey ist halt einer, wenn man den Tilt macht, ich sag mal, zweimal Teasert, dann hat er keinen Bock mehr und verlebt das ganze Team. Anschließend wird Sepp auch Tilt und dann ist es ganz vorbei da drüben. Und ich sag mal so, das schaffen wir auf jeden Fall und dann werden wir wohl so, ja ich will es nicht arrogant klingeln, aber ich denke mal, also positiv 16-11 gewinnen wir. Beide Maps. Beide Maps. Egal welche. Wenn nicht, singe ich für euch Justin Bieber. Okay. Ich nehme dich beim Wort. Du darfst zum Stream kommen und darfst es live singen. Ich werde auch das Lied raussuchen von Justin Bieber. Ja, bei euch. Was sind so eure Stärken? Wo könnt ihr den Gegner aushebeln? Unsere Stärken sind, also ist auch egal welche Map, aber ich denke mal, dass wir aimtechnisch von den allgemeinen Spielern überlegen sind. Und die Schwächen von dem Gegner kennen wir auch ganz gut, das sind nämlich die vier Mates von Stefan. Und da wo die stehen, da gehen wir halt hin. Also ist ganz klar das Matchlight. Und wie wir spielen werden, also ich denke mal, einmal werden sie zweistellig kommen von den Runden her, aber ansonsten, die andere Map wird einstellig. Was ist hier los? Sorry. Ja, ich muss auch gerade lachen, ne? Geil. Ich mach das ernst. Gut, dann machen wir jetzt weiter ernst. Ja, wie sind so eure Eindrücke von der Borderline? Ihr seid ja auch öfters mal hier oder schon öfters da gewesen jetzt oder nicht hier in dem Haus, sondern das war ja dann woanders. Wie gefällt euch die Lahn so? Ja, also ich muss sagen, ich bin das dritte Mal hier, auch dritte Mal im Finale, ist ja NP für uns. Aber hier in der Sauerlandhalle bin ich nicht positiv überrascht. Also gute Arbeit trotzdem, nur die ganze Verarbeitung, sprich Turnierorganisation und so, war nicht so gut wie bei dem letzten zweimal, wo ich da war. Mag vielleicht daran liegen, dass wir in einer ganz anderen Location sind, die auch neu für die Organisation ist. Aber sonst war sie immer top, nur diese Lahn hat mich jetzt nicht so gepackt. Ich hätte ja heute mal einen Wunsch. Können wir was anderes spielen außer D-Cash und D-Mirage? Ehrlich gesagt habe ich heute noch keinmal D-Mirage gespielt und gestern. Meine Mates sind voll dagegen. Was? Gegen D-Mirage? Ja. Ja, nee, was anderes. So Nuke oder Overpass oder D-Season oder D-Inferno, irgendwas. Mal schauen. Mal schauen. Ja, also für alles offen. Ich meine, wir haben schon viel gespielt. Wir hatten Kabel dabei. Wir hatten gerade auch das 2 dabei. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie jetzt nicht auf einem Map spezialisiert sind. Wir sind da offen. Mal gucken, was wir gleich spielen. Also das werde ich auch nicht entscheiden. Das lasse ich meinen Mates über. Ich bin gleich nur für die Hedges über. Und um ihn zu neifen, mal gucken, ob das klappt. Und ansonsten wird der Nevis auch mit dem Taser jagen. Und ich wünsche meinen Gegnern viel Glück. So, dann machen wir jetzt noch eine kleine Wette, oder? Also wer was verliert? Wer was verliert? Also wenn das Team verliert, würde ich sagen, dann muss der Verlierer was machen. Ja, aber was? Ja, was? Was soll der Verlierer machen? Justin Bieber. Ja genau, ihr müsst zusammen Justin Bieber singen. Der Verlierer muss zusammen Justin Bieber singen. Nein, das war nicht hier. Die beiden Lieder sitzen. Alles macht das gerne. Die beiden Lieder sitzen. Okay. Wir machen das so, wir machen eine Wette unter uns beiden. Ja genau. Wir machen das so, kennt ihr das Lied Don't Stop Believing? Keine Ahnung, mit Lyrics, ja. Ja genau. Wir machen das Lied Don't Stop Believing. Der Verlierer muss Don't Stop Believing singen. Lass doch lieber eine Wette unter uns beiden machen. Nein, ich bin damit zufrieden, weil ich gewinne eh mit meinem Team. Weil ich habe gute Mails, der eine ist stärker als der andere. Oder ihr dürft euch das Lied auch suchen, mir ist das egal. Okay. Ja? Gut. Was willst du singen? Ich will der Allerbeste sein. Ich singe, da möchte ich mich gleich erst festlegen. Ich muss erst mal meine Spotify-Liste durchgucken und abdecken. Gut, alles klar. Dann freuen wir uns auf ein spannendes Finale. Herzlichen Dank für das Interview. War sehr amüsant. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich.